Oh, das ist aber fein gewesen. Mr. Fleischman, du bist sehr interessant. Ich muss dir das ja wirklich mal lassen. Ich mag dich. Okay, wo bist du? Ich gehe mal in die Zeitlupe, wenn du nichts dagegen hast. So. Mr. Fleischman, also wir haben ja jetzt wirklich schon viele Konfigurationen gehabt. Ich weiß, du bist doch sehr sauer. Wieso hängen überall Balfische rum? Was ist denn das hier auf die Viecher? Ich weiß es nicht. Mr. Fleischman, wo bist du? Fleischman, ja, hallo, ich bin in der Zeitlupe. Oh, Fleischman. Ah, okay. Hier hängen ein paar Leichen herum. Jetzt verstehe ich, was dein Ziel ist. Willst du also möglichst viele Leichen hier rumhängen lassen, oder wie? Also Mr. Fleischman. Ich frage mich aber wirklich. Wo ist denn Mr. Fleischman? Ich mag ihn. Er soll jetzt nicht mehr herkommen. Oh, die bewegen sich alle. Ist das gruselig hier. Mr. Fleischman, hallo. Ich erschrecke mich gleich so der, dass ich sterbe. Ich sage es euch jetzt schon. Ich bin jetzt tot. Ich erschrecke mich. Nicht. Ähm, ja. Hallo? Hallo? Tatschenlampe bloß anlassen. Taschenlappe bloß anlassen. Ah, hallo. Ja, wissen du. Achso, da kommen sich die Leute runtergefallen. Ich dachte, ich darf jetzt endlich mal gepleischt, Mensch, die Kämpfer, aber nein. Ich baue mir die Tür zu. So, wollen wir uns mal auf den ultimativen Kampf vorbereiten, oder was? Der ultimativen Kampf gegen Viecher, die wir schon kennen, ja. So, Granaten einfach mal raus. Im Granatenpasch war Spaghetti-Modus einleiten und wieder ein gewissen Großmarkt sein. Womit wirst du? Er wirft mit Messern auf mich. Aber, hey, wer? Sie werden mich viel besser ausstechen. Jetzt sucht dies. Ja, hier kommt ihr nicht rein. Vergesst es. Ihr könnt ihr aber für ihren Bombenplatz woanders suchen, aber hier kommt ihr nicht rein. Außerdem macht die Türen auf. Dann seid ihr so... Okay, hier kommt ihr doch rein. Der andere auch? Ich weiß es noch nicht. Okay. Oh Gott! Nein! Das machst du nicht. Ah, Hilfe! Die haben ja scheiß Messer an. Was für Assis das sind. Ach ja, dieses Spiel soll scheiß unfair werden. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Nein! Du hörst jetzt auch mit Assis Messern zu schweißen. Hör auf. Ah, ja. Okay, da kommen sie hier. Dann sind süchtig. Wow! Die gehen voll ab, ey! Hallo! Boom! Yeah! Ah, du bist jetzt auch tot. Assis mit Messer! Hau damit! Oh Gott, da kommt noch einer! Oh je! Oh, da kommt noch einer! Oh je! Okay, du hörst jetzt auch mit Messern zu schweißen, du blöde Assis da unten. So! Alter! Was ist denn da oben jetzt noch? Boom! So! Dankeschön! Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig jetzt, Leute. Ganz... Oh! Nein! Da sind verrückte! Okay. Du bist auch verrückt. Aufstieglevel! Regeneratur verbessert. Sehr schön. Der Sonntag regeneriert sich schneller. Und da ist immer noch diese Sucht, die das dann auch mit schweißt. Nein, das tust du jetzt nicht mehr. Dankeschön. Bomb-Maggie kommt! Bomb-Maggie! Bomb-Maggie! Wir müssen schon auf die Bombe ziehen, damit die Bombe explodiert. Das habe ich gelernt. Ah! Doch! Wo ist das denn jetzt? Nein! Hör auf damit! So, okay. Hätten wir das schon mal geregelt. Bommi-Maggie wird auch mit Bomben zu werfen, wir sind alle glücklich, okay? Na! 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 Das macht man nun wirklich nicht. Das sehen wir nicht gerne. Bomb-Maggie! Nein! Du gehst weg! 100 Abschüsse hart im Nehmen! Ne, 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 ne! Nein! Nein! So, da kommt Bomben-Maggie und auf mich zugerannt. Na! Du gehst du weg! Bomben-Maggie! Lass mich in Ruhe! Da sind wir so süchtigen Bomben-Maggie, ich hasse euch. Wieso dreht ihr hier so durch? Da sind wir piep, 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 piep. Einfach ganz viel piep. Piep, piep, piep. Ich habe ein Piep mit dem Ohr. Na! Nein! Piep woanders herum! Wieso habt ihr die ganzen Bomben mehr und wieso macht ihr das? Ihr seid doch völlig bekloppt. Oh, was gibt es hier zu essen? Okay, ist gerade nichts wichtig anscheinend, doch. Ich will jetzt gucken, was es zu essen gibt. So, niemand hält mich davon ab. Was haben wir hier? Mega healthy! Oh, mega healthy! Noodles and Soja. Okay. Was ist das? Hearty Man. Oh, richtig gut. Oh, richtig Hot Dogs. Was ist hier noch? Das ignorieren wir einfach mal. So, was ist das hier? Hearty Man. Immer noch, noch mehr Hearty Man. Und was ist das hier? Ah, Mixed-Vexture-Tables. Oh, auch mal was Gesundes, könnte man sagen. Das ist ja richtig gut. Komisch, dass überall sie dasselbe verkaufen. Ist ja überall dasselbe drin. Wieso habt ihr überall dasselbe zu verkaufen? Wieso habt ihr kein anderes Angebot? Ihr seid gruselig, Leute. Wirklich. Was ist das hier im großen Markt ohne viel Angebot? Mann, 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 Mann. Nicht fest, gleich so derbe. Erstreckt mich fest. Mörbidi Mörb. Oh, Sohti, okay. Hallo, Sohti. Wow, yeah. Klatsch, klatsch, klatsch. Und klatsch. So geht das. Oh, das war schön gewesen. So, mal die andere Waffe rausholen. Mit der können wir auch noch ein bisschen rumballern. Schön, die Uzi. Hallo, nein, mit Messerballern. Nö, Davi. Wow, yeah. Oh, klatsch, der ist wieder auf klatsch. Klatsch, auch so geht der hinten, ist ja gelandet. Hi, Barschal. Das ist eine coole Fähigkeit. Wer hört das schon wieder mit Messern auf mich? Ich finde das nicht witzig. So, hier durchklettern. Irgendwie hier durchkommen. Dachte ich zumindest, dass es irgendwie funktioniert. Tut es aber nicht. Ich sollte es aber eigentlich... Wieso kann ich hier nicht lang? Hm, funktioniert nicht. Geht nicht. Okay, dann gehen wir halt hier lang. So, mal sehen. Wer ist denn da noch alles? Ich könnte auch natürlich mal Granaten schmeißen, aber die benutze ich ja mal wieder nicht. Hm. Vielleicht sollten wir mal öfters auch zurückgreifen. In welchem Part befinden wir? Hör auf mit... Warum macht er das? Oh, da dreht er wieder durch! Ja! Wow. Was ist mit dir los? Na! Nicht einfach mit Messern weiter ballern! Meine Güte, wisst ihr? Guck dir einen an! Hm, weiter werfen! Wie so ein Baba, ey! Meine Güte! Warum macht er sowas? Ich finde das nicht okay. Die sollen nicht einfach mit Messern werden. Möbi, möb! Ja, ich würde... Okay, du gehst mit deinem Bombengötter da weg. Das wäre schon mal geregelt. Okay, ganz ruhig bleiben! Du gehst weg! Und du gehst auch weg! Nein! Oh, Kugelhage! Das hat gesessen! Da haben wir ganz Punkte! Mal sehen! Oh, schön! Schön machen wir das! Schön ist das! So, auch du, Protos! Wööö! Oh, hallo! Hallo! Ja! Müsst du geklopft werden, hä? Nein! Das ist cool! Fällst du halt runter! Das ist schön! So, bis zum nächsten Schweinepunkt noch und das ist erstmal Schluss! Was sagt ihr dazu? Das ist schön, ne? Wir haben so das komische Schweinevieh schon auch genug töten können. Und wir nehmen mal die Strumpflinte jetzt mal zur Hand! Sehr schön! So, und da liegt noch ein bisschen... Er ist in G-Munition und damit haben wir die richtige Komite, die wir jetzt haben sollen. Würde ich mal fast sagen. Okay, hier geht's weiter. Ich warte auf den nächsten Speichermoment. Er sagt immer nur laden, aber niemals speichern, das ist das Problem. Okay, gehen wir mal hier lang. So, jumpen und so. Und jetzt hier lang und so. Und dann hier lang und dann... Oh, das ist unser lieber Freund wieder! Mit möglichst wenig Schüssen außer Gefecht setzen. Na, dankeschön. Huh! Hat er gefallen! Sehr gut! Wir wollen auf unseren Leitern weiter rumwackeln. Oh Gott, wer hat diese Leitern überhaupt so komisch platziert überall? Wer denkt so weit nah? Ja, auf damit! Nein! Hör, jetzt! Oh! Nein! Du machst auch keinen Megasprung! Wow! Yeah! Klatsch! Ja, ihr seid echt cool. Ihr habt es echt drauf, Leute. Ja, muss ich noch hier runterfallen? Booms! Jetzt kommt da nochmal eine mega Horde von Leuten, die mich alle umbringen wollen. Das kommt jetzt nochmal als großes Finale. Oh, nochmal Uzi wieder? Könnt ihr auch mal entscheiden, ob ich jetzt eine Schruf nenne und eine Uzi nähen soll? Was kriege ich denn dafür? Munition! Und zwar ganz schön viel. Wenn es tatsächlich die Mächte des Wahnsinns gibt, dann starren wir jetzt auf sie. Okay. Schauen wir uns mal die Mächte des Wahnsinns an. Hey, das hat man in der Vorschau gesehen. Das ist jetzt ein Trailer. Oh, das sind Dinge und gleich werden wir angeschrien. Das speichert ab. Passiert doch gar nicht so. Alles okay, ey. Meine Güte. Alles was? Dieses... Das ist gerade so... Jei, jei, jei! Oh Gott! Ich gehe da nie wieder zu nah dran. Okay. Das schauen wir uns nächstes Mal an, ne? Okay. Besser nächstes Mal bei 4, 3. Nächstes Mal werden wir gucken, warum aus einem Kinderbär ein riesiges Zombie-Monster kommt. Ja. Das ist zombie-approved, das Spiel. Ciao, ciao! Yep. Das macht es nicht zu brake. Okay. Vielen Dank.